Die Intensivstation ist einer der kritischsten Bereiche im Krankenhaus. Eine Vielzahl an physiologischen Patientenparametern wird überwacht, lebenswichtige Entscheidungen werden gefällt und abrechnungsrelevante Daten dokumentiert. Dadurch ergeben sich für die MitarbeiterInnen erhebliche Herausforderungen. Sie müssen alle relevanten Daten und kritischen Entwicklungen im Blick behalten, müssen passende Therapien für multimobile PatientInnen mit anspruchsvollen Medikationssituationen bereitstellen und zudem relevante Abrechnungsdaten vollständig dokumentieren. Wir können sie dabei unterstützen. MPDMS – die maßgeschneiderte digitale Lösung von Meierhofer für die Intensivmedizin. MPDMS steht für eine zielgerichtete Bereitstellung relevanter Daten. MPDMS bietet eine flache Menüführung für einen schnellen Überblick und geringen Schulungsaufwand, eine automatische Datenübernahme von unterschiedlichen Medizingeräten sowie eine skalierbare Überwachungskurve mit medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Daten. Ein umfassendes Beatmungs-, Dialyse-, Ernährungs- und Medikationsmanagement ist im Funktionsumfang enthalten. Eine automatische Wirkstoff- und Flüssigkeitsbilanzierung ist ebenso Bestandteil von MPDMS wie eine übersichtliche Langzeit-Trendanalyse und Anzeige. MPDMS steht für Patientensicherheit und Behandlungsqualität. Es bietet ein optimiertes Behandlungsmanagement, Warnhinweise bei Anzeichen auf kritische Entwicklungen sowie eine Prüfung der Medikation auf Wechselwirkungen und Allergien. Außerdem unterstützt MPDMS situationsangepasste Antibiotikatherapien durch Anzeige und Auswertung von Resistenztrends und klinische Entscheidungen durch den Zugang zu hinterlegten Best-Practice-Prozeduren. Die digitale Lösung bietet zudem neue Möglichkeiten im Hinblick auf Behandlungseffizienz und Qualität durch den gezielten Einsatz von Telemedizin, insbesondere durch den Austausch unter Leistungserbringern und der Bereitstellung standortübergreifender Expertise. MPDMS ist zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse 2a. MPDMS unterstützt die steigenden Ansprüche an Qualität und Wirtschaftlichkeit. Es ermöglicht die Einbindung in die bestehende Infrastruktur sowie die Anbindung unterschiedlicher Medizingeräte und Datenquellen. Zudem trägt die digitale Lösung von Meierhofer durch eine umfängliche Dokumentation abrechnungsrelevanter Daten zu einer Erlösoptimierung bei. MPDMS ist webbasiert und geräteunabhängig und damit flexibel einsetzbar, zudem touchfähig und intuitiv bedienbar. MPDMS Durchblick durch Einblick, Unterstützung für die Mitarbeiter, Wirtschaftlichkeit für das Haus, Sicherheit für den Patienten und seine Daten. MPDMS auch für Intermediate Care, Stroke Unit, Chest Pain Unit und Anästhesie. Erfahren Sie mehr unter meierhofer.com.